7 schlechte Gewohnheiten, die deine Gehirngesundheit beeinträchtigen Wir sind uns die meiste Zeit nicht darüber bewusst. Die Gesundheit des Gehirns hängt unter anderem von Gewohnheiten wie ausreichend Schlaf, genügend Wasser oder der richtigen Sauerstoffversorgung ab. Krankheiten, welche die Gehirngesundheit beeinträchtigen, sind meist genetischen Ursprungs- oder altersbedingt. Sie können jedoch auch auf Verletzungen zurückgeführt werden. Auch ungesunde Gewohnheiten können zu irreversiblen Schäden führen, da es dadurch zum Absterben von Neuronen oder zu einer reduzierten Gehirnaktivität kommen kann. Der Gedächtnisverlust ist meist auf den altersbedingten Verfall des Gehirns zurückzuführen, doch es gibt auch andere Faktoren, die diesen beeinträchtigen oder beschleunigen können. Besonders besorgniserregend ist, dass viele Personen schlechte Gewohnheiten, die die Gehirngesundheit beeinträchtigen, nicht kennen oder nicht beachten, auch die Gründe dafür sind oft unbekannt. Die Folgen sind erst allmählich zu spüren, es ist sehr schwierig, diese bereits im Anfangsstadium zu bemerken. Aus diesem Grund solltest du ungesunde Gewohnheiten ablegen und vorsorgende Maßnahmen treffen. Erste auf das Frühstück verzichten Das Frühstück ist eine der wichtigsten Mahlzeiten und sollte auf keinen Fall ausgeslassen werden. Es spielt für den Stoffwechsel eine wichtige Rolle und ist auch für ein leistungsfähiges Gehirn grundlegend, auch wenn viele das ignorieren. Mangelnde Proteine, Vitamine und andere Nährstoffe beim Frühstück werden mit dem Verfall des Gehirns und dem Gedächtnisverlust assoziiert. Darüber hinaus wird die Aktivität der Neuronen beeinträchtigt, wobei es zu einer Belastung kommt, die zu Spannungen führt. Zweite zu viel Zucker Raffinierter Zucker ist in zahlreichen Lebensmitteln versteckt, die viele regelmäßig konsumieren. Was jedoch nur wenige bedenken ist, dass dieser zu ernsten Stoffwechselstörungen und kognitiven Krankheiten führen kann. Der übermäßige Konsum von Zucker reduziert die Produktion von Chemikalien im Gehirn, die viele wichtige Funktionen regulieren. Der tägliche Konsum von Zucker führt zu Nervosität, Depression und dem erhöhten Risiko für Demenz. Drittes Rauchen Für niemanden ist es ein Geheimnis, dass Zigaretten toxische Substanzen enthalten, die sehr schlechte, zum Teil sogar tödliche Wirkungen auf die Gesundheit haben. Der regelmäßige Konsum schadet nicht nur der Lunge, sondern beeinträchtigt langfristig auch sehr deutlich die konditive Leistungsfähigkeit. Sowohl aktive als auch passive Raucher haben ein erhöhtes Risiko, Demenz oder Alzheimer zu entwickeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass damit die Durchblutung gestört wird, was die korrekte Versorgung der Zellen mit Sauerstoff verhindert. Rauchen beeinträchtigt außerdem die Konzentrationsfähigkeit sowie das Gedächtnis sehr negativ. Vierter Schlechtschlafen Eine schlechte Schlafqualität führt nicht nur zu Müdigkeit und Fehländer physischer Energie, sondern hat auch negative Folgen für die mentale Leistungsfähigkeit. Da sich der Körper nicht ausreichend erholen kann, arbeitet der Stirnlappen nicht korrekt, in der Folge hat man beispielsweise mehr Probleme beim kreativen Denken. Gleichzeitig kommt es zu mehr Nervosität. Die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren, reduziert sich und das Vermögen, tägliche Probleme zu lösen, leidet ebenfalls daran. Schlafmangel erhöht außerdem den Kortisolspiegel, was zu Stress, Depressionen und anderen negativen Emotionen führen kann, die die Lebensqualität beeinträchtigen. Fünfter Zu wenig Wasser Der Wassermangel beeinflusst die Gehirngesundheit ebenfalls direkt. Dadurch kommt es zu einem Energiemangel, der Gemütszustand leidet und die Konzentrationsfähigkeit nimmt bei täglichen Aufgaben ab. Da das Gehirn in seiner Mehrheit aus Wasser besteht, können bei einem Mangel an Wasser grundlegende Prozesse nicht optimal durchgeführt werden. Der Flüssigkeitsmangel beeinträchtigt andererseits auch die Durchblutung und verhindert deshalb, dass das Gehirn ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Sechste Umweltverschmutzung Das Gehirn benötigt kontinuierlich Sauerstoff, um uns mit Energie zu versorgen und kognitive Fähigkeiten zu ermöglichen. Wenn der Organismus jedoch kontinuierlich durch Umweltschadstoffe belastet wird, kann der Gasaustausch und Sauerstofftransport zu den Zellen negativ beeinflusst werden, was langfristig zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führt. Dieser Faktor wird auch mit einem höheren Risiko für ernste kognitive Krankheiten assoziiert, so zum Beispiel mit Demenz und Alzheimer. Siebt dazu viel essen, wer übermäßig viele Kalorien und Fett zu sich nimmt, beeinträchtigt damit nicht nur den Stoffwechsel und das Körpergewicht, sondern auch die Gehirngesundheit. Übergewicht führt häufig zu Krankheiten, wie Diabetes oder Herzgefäßproblemen. Auf die eine oder andere Weise wird damit häufig auch die Gehirngesundheit beeinträchtigt. Der mäßige Konsum von Kalorien verzögert den Zellalterungsprozess und reduziert das Risiko für kognitive Degeneration. Auch wenn die Auswirkungen nicht sofort sichtbar werden, ist es am besten, diese ungesunden Gewohnheiten abzulegen. Um damit das Gehirn und die allgemeine Gesundheit zu verbessern, achte auf eine gesunde, ausgeglichene Ernährung, praktiziere Übungen, um das Gehirn zu trainieren und lerne eine Entspannungstechnik.